Ja, tötet ihn! Tötet ihn! Los, schnell, schnell, schnell! Ich brauch 10 Juwelen! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Leute, was macht ihr? Jeden Sonntag live um 16 Uhr. Es hat sich jemand gewünscht, dass wir Bright Stars spielen. Ich hab' ich gedacht, ich spiele Bright Stars. Ne Runde. Oder so. So! Ach, du Heilige. Es hatte 7 Trilliarden Updates. Ich hab' nichts davon mitbekommen. Juwelen aufsammeln. Das weiß ich noch. Wollen wir sie uns alle? Her mit den Juwelen. Gut gemacht. Dankeschön. Hallo, Roboter. Mit E kann ich ja angreifen, ne? Stimmt, Munition. Stimmt, ich hab' ja ne Munition-Begrenzung. Das hab' ich vergessen. Ach ja, gut gemacht. Boah, ich hab' ja alles in die Luft ges- äh, gesprengt. Bubble. Jetzt können wir loslegen. Nenn mich jetzt einfach mal so. Ich bin plus 60 Jahre alt. Jetzt spielt hier ein richtig krasser Opi mit euch. Ein 60-Jähriger, der sich getraut hat, Bright Stars herunterzuladen. Loslegen und direkt hier mal draufballern. Gewählensammeln ist doch eine gute Sache. Gib mir die Juwelen. Sonst rast' ich komplett raus. Ach Gott. Stimmt. Es gibt ja auch noch deine, Mike. Achso, das sind Bots, gegen die wir spielen. Achso, ja, stimmt. Im Tutorial, da spielt man ja noch gegen Bots, ne? I forgot. Oh Gott. So, du kannst dein Juwel jetzt gerne einfach mal wieder abgeben. Hallo. Der war mir gewidmet. Sehr gut. Das sind Bots. I know, dass das Bots sind. Ich sollte jetzt hier tippen. Ey, Primo, geh weg von mir. Weg, weg, weg. Oh Gott. Was wollen die Boxer von mir? Ja, ja, ja. Jetzt haust du ab. Jetzt. Öh, was ist die Achis? Öh? Seit wann kann man Emotes schicken? Seit wann? Und warum greifen die denn bitteschön die anderen nicht an? Wie ich aime, Alter? So gar nicht. Ich kann nicht aimen. Okay, von hinten sneakt sich jemand. Jo, wie assi. Die macht ja gar keinen Schaden mehr. Warum sind wir eigentlich alle auf einem Haufen? Das ist total dumm. Ich drück so auf Auto-Aim. Ne, was passiert? Die aimen gar nicht. Okay. Run. Shoot. Geh weg. Braucht diese Juwel. So, jetzt bin ich der Einzige. Okay. Schade. Ich hab jetzt nicht alle Juwelen bekommen. Ja, tötet ihn. Tötet ihn. Los, schnell, schnell, schnell. Ich brauch 10 Juwelen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier. Ach, 10 Juwelen. Das kann ich nicht aufholen. Leute, was macht ihr? Ja. Sehr gut. Ha. Hör, jetzt schon direkt 8 Trophäen. Dann hab ich ja gleich schon Nita. Ja. Tatsache. Was kommt hier raus? Eine Brawl Box. Jelly hat Erfahrungspunkte bekommen. Oh, shoot. Weg hier. Ich liebe Poco über alles, ne? Poco ist... Einfach so am Weiben. Einfach am Weiben. Oh, Gott. Auf einmal kommt der von hinten. Was ist denn da los? Aua. Au. Verpischt dich. Sieht man irgendwie, dass ich überfordert bin. Okay, great. Den hab ich. Ich nehm mir die nächsten Juwelen. Okay, jetzt alle weg. Alle weg. Alle weg. Alle, Mann, weg hier. Weg, 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 weg. Leute. Du bist weg. Weg. Ich hab die meisten Juwelen. Seid ihr dumm? Oh. Jetzt gehen die auch noch in diese Säure da rein. Mal gucken, ob wir das schaffen. Oh. Wir haben ja jetzt Nita freigeschaltet. Aha. Nita hab ich freigeschaltet. Yes. Ich hab Nita schon immer geliebt. Nita. Ah. Jetzt gibt's auch schon mal so etwas wie so'n Battle Pass. Okay, Brawl Pass heißt es jetzt hier, ne? Geh ich jetzt einfach mal in ein Game rein. Ich bin die einzige Nita. Excuse me. Hat die mich gerade weggebombt? Nein, mein armer Bär. No. Der arme. Der hat echt ein hartes Leben. Oh. Den hab ich noch getötet. Okay. Weg, 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 weg. Ja. Ah. Ich bin ein Bär. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, heute mit euch Brawl Stars zu spielen. Es war, es war, es war tatsächlich extremely funny, dass ihr mir Sachen reingeschrieben habt und ich hab das dann gemacht. Es war mal was Neues, tatsächlich. Dankeschön, dass ihr da wart. Bis dann. Ade mit E. Wascht E. Und abonniert mich auf YouTube. Ich bin Santi. страхue mal oder nicht so Cre раз. 足 hurts. Ich bin Francke für werden. Ansonsten. In Calci. Konn Gilchen. Geати auf.